Hallo Leute da bin ich wieder. Heute möchte ich euch eine unglaublich schön gestaltete Uhr von Omega vorstellen. Allein schon die Verpackung setzt Maßstäbe. Schaut euch mal die schöne Aufbewahrungsbox aus Holz mit Klarlacke bezogen an. Einfach edel verarbeitet das Stück. In der Verpackung ist noch enthalten die internationale Garantiekarte mit der Referenznummer und den Kaufdatum. Und dann natürlich noch die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Wie schon erwähnt die Aufbewahrungsbox ist absolut hochwertig. Sieht wirklich schick aus und hat einen Druckknopf mit Omega Zeichnung zum öffnen. Und jetzt kommen wir zu der wunderschönen Uhr. Das ist eine Omega Speedmaster Chronoskop Bronze Gold Die Kollektion Chronoskop hat das legendäre Design der Speedmaster übernommen und es mit Inspiration der Omega Armband Chronographen der 1940er Jahre kombiniert. Dieses 43 mm Modell ist aus Omegas exklusiven Bronze Gold gefertigt und verfügt über ein Ziffernblatt aus oxidierter Bronze mit einer besonderen Patina und einem opalisierenden Finish. Neben einem Lunettenring aus polierter brauner Keramik mit einer Dachimeter Skala aus Vintage E-Mail weist die Uhr Blattzeiger und arabische Ziffern mit einer PVD Beschichtung aus 18 Karat Bronze Gold. Unter den Ziffern ist ein einzigartiges Spiralmuster zu sehen. Darüber hinaus wurde das Ziffernblatt mit drei charakteristischen Skalen im Schneckendesign der 1940er Jahre bedruckt. Darunter eine Dachimeter Skala, eine Pulsometer Skala und eine Telemeterskala. Die Uhr wird von einem braunen Kalbsleder Armband am Handgelenk gehalten und weist eine silberfarbene kleine Sekunde bei 9 Uhr sowie einen silberfarbenen 90 Minuten und 12 Stunden Zähler bei 3 Uhr. Angetrieben wird der Zeitmesser von dem Omega Koaxial Master Chronometer Kaliber 9908 mit Handaufzug. Des Weiteren ist die Speedmaster antimagnetisch, hat einen Chronographen, ein Chronometer, kleine Sekunde, Pulsometer, Dachimeter, ein Telemeter, einen transparenten Gehäuseboden aus Saphirglas, eine Zeitzonenfunktion, ist wasserdicht bis 50 Meter Tiefe, die Ziffernblattfarbe ist braun, hat eine Dornschließe, eine 60 Stunden Gangreserve und eine fünfjährige Garantie. Ich hoffe ich habe nichts vergessen und konnte euch die wunderschöne Uhr etwas näher bringen. Wenn ja würde ich mich sehr über Kommentare freuen, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.